Ich habe die große Ehre, den EHI Wissenschaftspreis 2018 gewonnen zu haben für die beste Dissertation. Dabei freut mich insbesondere nicht nur, dass das EHI meine Leistungen anerkennt und auch einen Wert für den Handel sieht, in dem, was ich tue, sondern auch, dass ich die Möglichkeit habe, jetzt weiter in meiner Forschung auf den Handel zuzugehen und das, was ich entwickelt habe, Methoden und Modelle, allen zugänglich zu machen. Um fundierte Entscheidungen über Sortimentsbreite und Tiefe treffen zu können, müssen Händler verstehen, wie Konsumenten den Markt wahrnehmen. Dr. Daniel Ringel, ich gratuliere ganz herzlich und bitte Sie abgebildet. Die größte Anerkennung für mich, neben diesem Preis, ist, wenn das, was ich mache, genutzt wird. Durch Studenten, durch die Praxis. Und das ist mein Ziel. Applaus 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 Vielen Dank.